Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei ArchieGaming, Flo wieder am Start, heute gibt es neuen SPC Content, es ist Mittwoch, es ist kurz nach 19 Uhr und heute wollen wir uns vor allen Dingen primär um die League of Team of the Season Upgrade SPC kümmern, das garantierte League of Team of the Season Pack ist da, die SPC dazu ist in zwei Segmente und sie läuft in drei Tagen ab. Wir können Team of the Season, aber auch Team of the Season Moments ziehen und davon gehen wir heute in mehrere Packs rein, wir werden also herausfinden, ist es top oder doch eher flop. Außerdem ganz auf der linken Seite seht ihr Husam Arua als Spieler SPC, auch die ist heute neu am Start, wir haben heute Mittwoch, heißt auch neue Silver Star steht an und wir gehen natürlich in die Tots Anmelde Upgrade SPC. Ja Freunde, bevor wir auch erstellen das Ganze, wie wir mal in die kurze Erinnerung, ihr könnt kurz Liebe da lassen, das geht ganz schnell mit einem Daumen nach oben, um meine tägliche Arbeit zu unterstützen. Ich habe es gestern kurz thematisiert und es scheint auf jeden Fall geholfen zu haben, ich habe gedacht, was ist denn los mit eurer Interaktion, nur noch 200 Likes, nur noch 300 Likes teilweise und gestern seid aber wirklich richtig hart eskaliert. 500 Likes, wir haben das Likes hier rausgegeben, wir haben 524, jetzt 22 Stunden nach dem Upload erreicht. Freunde, Dankeschön dafür euren Support und gerne täglich so weitermachen. So, an dieser Stelle, das kurz dazu, falls ihr Neues habt, solltet ihr gerne kostenlos die Glocke aktivieren und wie immer eure Legor Tots natürlich in die YouTube Kommentare schreiben, wen hattet ihr in eurem Pack, in eurem garantierten Team of the Season Pack drinnen. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, starten wir direkt rein, erstmal in aller Ruhe würde ich sagen, mit dem täglichen Team of the Season Anmelde Upgrade, die Erinnerung geht also raus an euch. Ja, Browser-Spiele abgeben, Pack holen und eben weiter craften und grinden für dieses meilensteingarantierte Team of the Season Pack. Ja, und hoffen, dass was Gutes bei rumkommt. So, bevor wir jetzt mal reingehen in die League-Out Team of the Season Upgrade, die SPC wohlgemerkt sehr günstig ist, wirklich extrem günstig, will ich kurz über gestern, Schrägstrich, heute nachdrehen. Denn EA ist leider mal wieder ein kleines, feines bisschen am Failen und das möchte ich nicht außen vor lassen. Äh, deshalb nehme ich euch direkt, kurz mal direkt am Anfang dieses Videos mit und zwar zur Footbill. Aber zum einen erstmal den Loading-Screen, heute neu am Start, vor ein paar Minuten gekommen, äh, natürlich in Bezug auf Serie A Team of the Season. Viele fragen mal, was kommt Freitag? Serie A Team of the Season kommt da raus und da sehen wir dann schon 5 Sterne Skimus für quasi Mini-Maradona, wenn wir denn so wollen. Dann Mittelstürmer und, ähm, Team of the Season Moments Argentinien und linker Flügel, wahrscheinlich Leao, 5 Sterne Skimus und Portugal-Nation sehen wir da schon. Genau, also das einmal kurz zum Loading-Screen, aber, und jetzt kommt das große Ganze, Friends, es ist unfassbar, es ist unfassbar. Vielleicht habt ihr schon auf dem Clip-Channel heute Nachmittag quasi meine Footchamps-Rewards euch angeschaut. Kann ich euch gerne auf dem E-Mail hier oben reinknallen und nachher auch in die Endkarte nochmal reinballern. Aber, es war folgendermaßen so, bis gestern 1 Uhr nachts ungefähr, da kam dieser Tweet und da haben sie geschrieben, wir haben kürzlich ein Problem behoben, bei dem Sisoko, Ben Yedda und eben Virati nicht in den Belohnungen für League of Champions Team of the Season Spielergegenstände enthalten waren. Ja, und, äh, das haben sie erstmal gepostet, ja, und dann halt, ihr seht es schon, 2.2, da seht ihr es dann, ich hab's nochmal rausgesucht, Impacted Players, also betroffene Spieler, die zuvor das League of Champions Team of the Season Spielerbelohnungen, also diesen Player-Pick geöffnet haben, erhalten in den kommenden Tagen eben korrigierte Belohnungen. Das heißt, die, die gestern vor, ich sag jetzt mal 0 Uhr oder 1 Uhr, die Footchamps-Rewards geöffnet haben, beispielsweise, ja, bis Sonntagabend Footchamps ist schon beendet und habt dann die Rewards geöffnet, dann waren eben diese 3 Spieler, Ben Yedda, Sisoko und Virati nicht in den Player-Picks inkludiert und aufgrund dessen bekommt man eben dann quasi nochmal weiter, also wenn ihr jetzt zum Beispiel euch 2 Player-Picks erspielt habt, ja, mit 11 Siegen beispielsweise mindestens, dann bekommt ihr nochmal 2 weitere League of Foot Champions Player-Picks. Ähm, also da GG an die auf jeden Fall, die es bekommen haben, ich hab leider erst heute Morgen meine Weekend League und die letzten Games beendet, weil ich es übers Wochenende und Montag nicht geschafft hab, zeitlich, und in dem Sinne bin ich jetzt davon nicht einer, der davon profitiert, aber das wollte ich euch wissen lassen, vielleicht habt ihr es auch noch nicht mitbekommen, deshalb ihr auf jeden Fall kurze Informationen dazu und jetzt ganz, ganz frisch reingekommen, vor einer Viertelstunde, folgendes, Freunde, auf uns bezogen, und zwar deutschsprachige Spieler, also wir, ja, die haben eben ein Paket gehabt, oder ein Paket, und zwar, this pack before this update have been sent 5 players, oder wir gehen mal kurz einmal zurück, und zwar geht es eben dazu, dass sie, wir haben kürzlich ein Problem mit der Beschreibung von diesem TOTS Elite-Packs auf Deutsch behoben und sie wurden eben aktualisiert, ja, um anzugeben, dass es sich bei den 5-Spieler-Auswahlgegenständen um Leihgegenstände handelte, also sie haben quasi da in der Pack-Beschreibung ein Fail gemacht, ja, und das eben nur auf die deutschsprachigen Spieler bezogen, deshalb auch hier das Ganze, und da steht dann dieses Pack, äh, vor diesem Update erhalten haben, haben im Spiel ein 5-Player-Pick zwischen 3 TOTS oder TOTS Moments-Item mit Bewertung von 8, 92 overall eben jetzt erhalten. Also ihr seht, ja, innerhalb von kürzerer Zeit, ja, innerhalb von, ja, was sind es jetzt gewesen, ja, 18 Stunden, hat EA tatsächlich, Baitzen schreibt ja einfach unten, danke hin, perfekt, auf jeden Fall haben sie jetzt innerhalb von kurzer Zeit mal wieder leider, ja, wir kennen es nicht anders von EA, gefällt. Ja, und das muss ich euch natürlich jetzt gerade wissen lassen, weil ihr seid vielleicht auch davon eben, ähm, ja, betroffen, ja, und, äh, nur, dass ihr euch da nicht wundert, vielleicht habt ihr demnächst jetzt ein Player-Pick quasi out of nowhere auf einmal bei euch rumliegen und dass ihr euch da nicht wundert, was denn da los ist, das wollte ich kurz an diesem, äh, ja, Anfang des Videos einmal kurz loswerden. So, jetzt aber liegt auch Team of the Season, Upgrade-Friends, und da sieht es wie folgt aus, zwei Segmente und Überraschung, es ist nur ein 83er-Grader-Squad mit zwei 85ern und ein 85er-Grader-Squad mit dem Team of the Season, schräg schlicht Team of the Season Moments. Freunde, ich habe mindestens damit gerechnet, dass es zum Beispiel ein 85er- und ein 87er-Grader-Squad ist, richtig high-rated, weil wir halt eben Messi, weil wir MAP, weil wir Neymar ziehen können, ich bin positiv, dafür bin ich überrascht, über dieses Preis-Leistungs-Verhältnis dieses Squad-Binny-Challenge. Ich glaube, euch geht es ähnlich, Wahnsinn. Dann bekommen wir noch diese kleinen Packs da zurück und wir fangen erstmal an mit dem 85er-Grader-Squad, da geben wir als Team of the Season Gynock ab, ähm, ja, und sonst seht ihr, äh, drei 85er, dann ein paar 84er und 83er und hier unter meiner Facecam versteckt sich noch ein 82er-Coutinho, äh, größtenteils, ja, eigentlich alles, untradable. Und, ähm, das geben wir jetzt ab, erster Squad ready to go, ich gebe jetzt eben noch den zweiten Squad ab und dann gehen wir gleich direkt in das League-On-Team-of-the-Season-Pack. Ja, Freunde, und da ist der nächste Squad ready, auch hier wieder relativ low-rated, alles natürlich, wie ihr es kennt, untradable und dafür das Goldspieler-Pack in klein. Die beiden Packs öffnen natürlich jetzt erstmal zuerst und dann, wie gesagt, in das erste garantierte League-On-Team-of-the-Season-Upgrade. So, da bin ich mal sehr gespannt, wen wir da eben ziehen können. Wie gesagt, ich bin positiv überrascht von dem Preis. Refresht heute hat sie natürlich auch die 75x11 mal wieder und das E-League-Final heißt also das 383-Plus-League-OPEC. Da gehen wir vielleicht auch gleich in die ein oder anderen rein und dann gucken wir uns kurz, äh, Awa an. Da sieht es wie folgt aus, er ist eben nicht mehr Franzose, sondern eben jetzt hier mit der Nation von Algerien vertreten. Z-MLM und Z-OM kann er spielen. Vier Sterne, vier Sterne bringt er mit. Und wie wir eigentlich von ihm es kennen, natürlich ein Allrounder, eine Allrounder-Maschine. Ja, das ist jetzt hier nichts, was uns hier überrascht. Ausdauer bringt er mit. Der Ruhe-Stat ist relativ hoch. Die Pass-Stats, die Dribbling-Stats sind relativ hoch. Und auch der Rest sieht sehr sympathisch aus. Das ist angestellter Schuss und Flair bringt er auch noch mit. Ausdauer-Schuss auch noch. Auch das ist sehr, sehr nice, wenn man ihn vor allem dann offensiv spielen möchte. Und, äh, ja, Forster, Forster, damit kann man arbeiten. Und von mir allein kann man auch sehr gut damit arbeiten. Erstmal bekommt er eben hier, äh, für den Team of the Season von FUT21 diesen Flashback sozusagen. Das ist der Rückblick darauf. Ähm, das sind 85er mit dem Team of the Week oder Team of the Season und ein 87er mit einem Legorspieler. Ja, das ist das, was wir abgeben müssen. Das ist eine Woche da. Und ich denke, das ist eine typische SPC, so ein bisschen 50-50-Ding. Entweder man hat Bock auf ihn und geht eben rein in die SPC und craftet mit den Player-Picks, äh, die jetzt unter anderem noch da sind, äh, einfach innerhalb dieser einen Woche jetzt quasi einfach diesen Aua. Oder man sagt, nee, komm, hab ich keinen Bock drauf, will ich mein Futter anders benutzen und geht eben nicht rein. Ich glaub, die zwei Leute gibt es. Und, äh, ja, er ist auf jeden Fall neu am Start. Gehen wir gleich kurz rein und gucken uns das Upgrade einmal an. Dann gehen wir als nächsten Step zu dem Ziel. Denn da gibt es heute, ja, einen Silver Star wieder mit Erfahrungspunkten. Und falls euch da also noch Erfahrungspunkte für Level 30 fehlen, auch da ist ja mein Level 30, ich hab's euch gestern im Hauptvideo gesagt, das ist gestern Abend auch online gekommen, mein Level 30, 84 mal 30er Pack. Falls ihr es auch noch nicht gesehen habt, Link dazu ist unten in der Beschreibung im Clips-Channel. Äh, einfach mal vorbeischauen, einfach da auch ein Abo dalassen, wenn ihr da keine täglichen Clips und Videos mal verpassen wollt. Auf jeden Fall hier weitere Erfahrungspunkte. Es ist Miguel Crispo, äh, auch einfach natürlich thematisch passend zum Super League Team of the Season. Das ist auch nichts Neues. Und dann drei Siege, acht Tore, sechs Torvorlagen. Also, grundsätzlich nichts Neues. Wir wussten, dass es kommt und, äh, so sieht's eben dazu jetzt aus. Dann gehen wir als nächstes in den Shop. Und da geht's jetzt los, erst mal, wie gesagt, mit den zwei Packs, die wir für das League of Team of the Season einmal bekommen haben. Vielleicht ist da ja auch schon was drin. Das wäre natürlich sehr, sehr nice. Gucken wir mal rein. Vier Duplikate, die hochgehen auf die Transferliste. Nächstes Pack. Premium Elektrospieler Pack, drei selten. Sechs Gold, sechs Silber. Es bleibt noch nicht kein blauer, es bleibt bei den goldenen. Die auf die Transferliste. Und jetzt geht's auf die Suche. Wir machen uns auf die Suche nach dem Pack. Hoffentlich können wir es direkt sehen. Warte, was war hier am Start? Ah, Serie A, Bundesliga, okay. Dreier Packs, ah, da ist es, Freunde. League of Team of the Season Spieler Pack. Wir sehen es. Und wir öffnen es. In drei, in zwei, in eins. Und, Abfahrt, League of Team of the Season. Gib uns die, oh. Frankreich, ZDM. Oh mein Gott, ich hab kurz gedacht. Es geht nach links. Gib mir doch bitte einen anderen. Aber, Freunde, den haben wir noch nicht. Ich weiß, er ist einer von den günstigeren. Aber ich bin happy, denn den haben wir noch nicht. Aus dem League of Team of the Season. Ich glaub, zehn Stück brauch ich jetzt noch. Insgesamt, die wir ziehen müssen. Sitsoko ist einer. Es hätte auch Neymar sein können. Es hätte auch ein Sanchez sein können. Das wäre natürlich richtig big gewesen. Von den Team of the Season Moments. Und ich glaub, das ist der erste Team of the Season Moments. Das ist aus dem garantierten Team of the Season Pack, den ich hier ziehe. Sehr, sehr nice. Trotzdem, ich freu mich. Sehr, sehr nice Geschichte. Und ich glaube, wir gehen direkt mal rüber zu Footbin. Denn preislich ist das gar nicht mal so nah oder so weit entfernt von der SBC. Wir gehen mal gerade drauf. Lass uns das mal anschauen. Hussein Aroua, League of Team of the Season. Ja gut, ist dann doch noch ein bisschen. Also ich hätte es jetzt ein bisschen günstiger eingeschätzt, tatsächlich. Ich habe jetzt eh nur Untraddle-Futter abgegeben, dass sie bei 90 ist. Ich hatte jetzt so gedacht, vielleicht 70.000, 75.000 Münzen. Aber gut, es sind 90.000 Münzen immer noch. Trotzdem bleibe ich dabei. Es ist auf jeden Fall eine gute gepreiste SBC. Wir sind hier bei 150.000 Münzen. Ja, das ist natürlich auch ein Happen. Und hier ist ja 54% darum hoch. Das ist auch eher das, womit ich gehen würde. Auch hier League of the Tards Upgrade ist eine gute Geschichte. Gut gepreist. 90.000 Münzen für euch nochmal kurz den Kader, was man ziehen kann. Hier sind jetzt keine Tots Moments drin. Also Sisoko und Sanchez und Nehmer sind hier natürlich nicht drin. Ja, Fofana ist 40k. Ähnlich jetzt zum Beispiel. Und den Rest wisst ihr ja teilweise. Ja, natürlich wollen wir da einen von den großen Fischen ziehen. Ich denke, da geht es euch ähnlich und nicht anders. Wir gucken mal gerade direkt rein. Aroua ist hier vorne am Start. Und dann gucken wir uns auch kurz den Silverstar und den Boost an. Und Sisoko wird anscheinend häufig gezogen. Ist hier direkt auf Platz 4 am Start. Sisoko ist jetzt sogar bei 34.000 Münzen. Er hat 40k auf dem Schirm. Gut, ja, war er eben noch. Jetzt ist er natürlich noch günstiger. Das würde auch bei einigen anderen jetzt so passieren. Aber es ist eine nice Allrounder-Karte. Ich bin happy, dass ich ihn habe. Ja, um das Craften und Grinden mehr davon zu ziehen, geht auf jeden Fall weiter. Kurz zum Silverstar. Ich denke, da ist nichts Unerwartetes. Ja, das ist ein ordentlicher Boost. Gucken wir kurz aufs Game of the Weekfoot. Von 3-Sterne an 3-Sterne auf 4-Sterne an 3-Sterne geboostet. Und auch hier seht ihr die Stats. Da sind richtig gut dabei. 99 Ausdauer haben wir hier vertreten. Ein Plus 9 auf Ausdauer. Und sonst massive Boost. Ja, und das ist natürlich ein passender Team auch des Season Silverstar, wie wir es auch gewohnt sind. Dann haben wir Aua tatsächlich erst mit seiner ersten Special-Karte. Das Besonderste oder das am Besondersten bei Meme ist natürlich, wie gesagt, das mit der Nation. Nicht mehr Franzose, sondern eben jetzt, ja, für die, die ja schon länger mal dabei sind, die wissen ja, ja, jetzt eben Algeria. Und das eben jetzt auch angepasst an der neuen Karte. Und da haben wir einen 11-Dribbling-Boost, 21-Dev, 19-Physis. Das ist natürlich, logischerweise von der 79-Base-Karte zu der 92, dass das hoch geboostet ist. Und dass das natürlich ein genereller Overall-Boost ist, ist nice. Das war auch logisch. Was wichtig ist, 4-Sterne, 3-Sterne hatte er vorher, ist jetzt bei 4-Sterne, 4-Sterne. Auch das ein typischer Aua. Ja, und insofern, ich würde jetzt mal sagen, nichts, was uns überrascht, auch preislich. Es ist keine zu überteuerte SBC. Also ich sehe das völlig als machbare Sache und wirklich ein 50-50-Ding, meiner Meinung nach, ja. Ja, also Aua, finde ich okay, finde ich nice. Sehr, sehr nice, finde ich aber, wie gesagt, vor allen Dingen diese Team of the Season, Upgrade-SBC der Liga. Und da gehen wir jetzt rein in mehrere. Jetzt ist es bei 87.000 Münzen Münzen. Wir müssen mal gucken, wie sich das Ganze ja quasi preislich anpasst. Es ist jetzt kurz nach 19 Uhr. Mal schauen, wo sich einpädelt. Vielleicht bei 80k. Wir gehen jetzt auf jeden Fall rein in den nächsten Picks und schauen mal, was bei rumkommt. Let's go. So, Freunde, da gehen wir mal rein in das Ganze. Und ihr seht es, da sind sie am Start, eben am Anfang von gesprochen. Die Player-Picks nehmen wir natürlich auch noch mit. 82 plus Tots oder Tots Moments. Player-Picks, ich habe ja am Anfang des Videos eben von den Fails gesprochen. Und ja, die nehmen wir natürlich jetzt mit. Guckt mal, was da eben drin ist. 92 pluser. Könnt erstmal einfach ran. Nein, wie geil ist das denn? Einfach ein Varan zum Start. Oh mein Gott, City-Pick. Next one. Ah, Sisoko, Füllkrug. Das ist dann eher das, was man erwartet, ne? Aber Varan ist natürlich ein Riesenfisch. GG, 1,1 Millionen. Dann noch den Player-Pick mitnehmen. Jawohl, 88er Haaland. So wollen wir das sehen. Let's go. Ja, und da ist es am Start. Das League-Out-Tots-Spieler-Pack. Wollen wir es mal öffnen. Und 3-2-1, let's go. Gib uns die, ey. Tots Moments oder Tots? Es wird der Tots. Es geht nach rechts. Es wird Italien. Und da weißt du relativ schnell Bescheid. Verratti haben wir am Start. Auch da preislich sehr, sehr nice. Denn wir sind bei 286k aktuell bei Verratti. Also hier wesentlich. Und er hat ihn auch noch nicht am Start. Wesentlich teurer als die SBC. Also direkt schon mal am Anfang ein Win. Und damit rein zum nächsten. So, da ist direkt das nächste Pack-Up-Start. Der nächste Team of the Season. Es wird Frankreich. Es wird ZDM. Und es wird der schlechteste sozusagen mit André. Duplikat? Nein, kein Duplikat. Okay, das ist ja schon mal gut. Das heißt, wir können theoretisch jetzt auch direkt in das zweite gehen. Was er am Start hat. Und das wird auch den Namen. League-Out-Team of the Season-Spieler-Pack. Next one. Das zweite hat er aus den Objectives. Falls ihr euch fragt, was da los war. Oh, Medina. 94er Medina. Ist bei jetzt aktuell nur noch 70k. War heute Morgen bei 90k. Aber ich kann euch sagen, der ist auf jeden Fall auch ein Win. Ja. Aber hier eher die günstige Geschichte. Insgesamt also bei... Insgesamt genau. Beide so teuer wie einmal die SBC. Ja. Und damit rein zum nächsten. Ja, Mbappé hast du schon am Start. Ja, perfekt. Anschwellbe First Owner. Das heißt, da bist du gar nicht so böse, dass du ihn nicht drin hattest. Also insofern. Was will man da mehr... Aber was macht er bei dir auf der Bank? Das ist die Frage. Das ist die große Frage. Was macht er bei dir auf der Bank? Ja, weiter geht es. Also, was Mbappé auf der Bank war, wissen wir wahrscheinlich... Oder werden wir nie herausfinden. Ähm, jetzt werden wir mal herausfinden, was in diesem Legort-Torz-Spieler-Pick drin ist. Und hoffentlich wieder was Gutes. Ich mach's mir wieder nebenbei auf hier. David wäre natürlich auch big, ne? 569.000 Münzen einfach. Was ist da los? Komm mal hier, gib uns! Tots wird's! Es wird... Frankreich! ZOM! Oh, da wissen wir direkt Bescheid. Es ist natürlich ein KB, ja. Der genauso wie André bei 20k ist. Aber auch kein Duplikat. Was ist denn da los? Bis jetzt auch kein Duplikat aus den Packs gezogen. Wundert mich. Okay, wir haben es doch herausgefunden, was Mbappé auf der Bank macht. Er hat Pushkas testen wollen in Rivals. Deshalb war Pushkas drin. Wir sind jetzt drin im nächsten Pack. Es wird Argentinien... Ah! Innenverteidiger. Und wieder ein Medina. Er hat mich auch schon hart gecholed. Er hat mich auch schon hart gecholed. Aber es ist Medina. Wieder kein Duplikat. Was ist da los? Ja, und dann sind wir beim letzten League Out Team of the Season Spieler Pack. Schauen wir da mal rein, was es drin hat. Freunde, bin gespannt, was wir da drin haben. Komm, gib uns noch mal einen großen Fisch von den Jungs. Gib uns da mal einen großen Fisch. Es wird Team of the Season... Ah, Verfahrener. Da ist der Verfahren am Start. 92er. Duplikat. Ja, nein. Vielleicht. Duplikat. Der ist das erste Duplikat. Was ist da denn los? Naja, Freunde. Ich hoffe, ihr habt eine erste Einigung bekommen von der Squad Building Challenge. Wenn das der Fall ist, würde mich das extrem freuen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, gerne die Liebe da lassen. Ja, hier das Video von gestern. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, da gehen wir unter anderem rein in die 83x3er League OPEX. Ja, und in dem Sinne hoffe ich, dass wir uns morgen natürlich wiedersehen. Zum 19 Uhr Content. Schaltet gerne ein. Ich bin da. Ich hoffe, ihr auch. Und ihr müsst dann gerne die Glocke aktivieren. Bis morgen. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.